Jetzt stehen wir hier vor dem Eingang. Der Ziel wird. Hoffen wir, dass wir mal rein hier reinkommen. Nicht so komplös wie erwartet, aber mit allen Echo. Ja, und dann gehen wir jetzt mal rein und dann gucken wir mal, ob wir auch gleich von drinnen nochmal ein Video aufnehmen können.